Hallo Leute und herzlich willkommen bei LAS, wunderbare Welt der Geschichte. Ich bin Lars und ich stehe hier gerade vor der Ranger Station im Bukhansan Nationalpark und wollte heute mal ein etwas anderes Videoformat ausprobieren, nämlich dass ich mit euch zu einem historischen Ort hochlaufe und euch auf den Weg dahin mitnehme und dann oben ein paar Erklärungen zu dem Ort mache. Wir gehen heute hoch zur Bukhansan-Song, das ist die Festung nördlich des Han-Flusses, also Buk nördlich Han-Fluss-Song-Festung. Und ich filme mich dabei, wie ich da hochlaufe und dann gibt es oben eben ein kleines Erklärvideo zur Festung. Starten wir mal rein. So, hier an der Ranger Station sind wir jetzt gerade los und jetzt hier auf den ersten Wegweiser getroffen, der Samungate. Der Samungate ist das große West-Tor, also der große West-Mun-Tor. Und da sind wir jetzt noch 1800 Meter bis da hoch. Wenn ihr mal guckt, da geht es ziemlich steil hoch. Und wir kommen jetzt auch gerade ziemlich viele Ausflüge entgegen, Samstag. Das heißt, die Koreaner betreiben hier ihren Volkssport Tungsan. Das habe ich, glaube ich, auch schon in einem anderen Video erklärt. Das ist ein Zwischending zwischen einem normalen Spaziergang und, aber wie ihr an der Ausrüstung der Leute seht, auch eine Bergsteiger-Sportart. Also es ist sozusagen ein bisschen mehr als einfach nur spazieren gehen, sondern es ist eben auch teilweise dann kleinere Kletterpassagen mal überstehen oder zumindest mal irgendwie auch ein bisschen steiler hochgehen müssen auf jetzt nicht so gepflasterten Fahrraden wie hier. Ich versuche jetzt den Leuten nicht die ganze Zeit ins Gesicht zu filmen, weil das ja auch doof ist. Ja, ihr merkt es auch schon an meiner Atmung. Es ist ziemlich anstrengend, hier hoch zu laufen. Ich habe mir Pocari Sweat mitgenommen. Pocari Sweat, halte ich nochmal richtig in die Kamera, falls die mich sponsern wollen mal in zukünftigen Episoden. Pocari Sweat ist ein, ja, wie nennt man sowas, ionisierender Energy Drink. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie probiert, aber der war jetzt gerade unten im CU an der Talstation von dem Wandergebiet hier. War der im CU, also in diesem Tante-Emma-Laden, verkäuflich und ich wollte den sowieso schon mal probieren. Ja, deswegen habe ich mir den jetzt hier mitgenommen. So, die Gruppe ist durch. Hier haben wir nochmal ein Schild der Polizei, das darüber informiert, auf welche und welchen Handynummern, Handynummer, Telefonnummern, wo man sich melden soll, wenn man Probleme bekommt unterwegs. Also das hier ist die Hauptwanderroute. Da sollte nichts passieren, zumal mir hier die ganze Zeit noch Leute entgegenkommen. Umknicken werde ich auf der Straße hier wohl nicht. Ja, genau. Genau, hier ist so eine Abzweigestation. Hier kann man dann mal auf Alternativpfade umsteigen, wenn man eben ein bisschen höheren Anspruch haben möchte. Hier steht auch extra Warnhinweise dran. Hier seht ihr auch, ist eine Schranke, die geht, hat eine bestimmte Uhrzeit, geht die zu. Und dann ist da sozusagen betreten, ob da auf eigene Gefahr oder eben komplett verboten. Je nachdem. Ich bin hier im Gebiet auch schon ein paar Mal auf so ein bisschen abseitige Wege gegangen, die aber alle legal waren. Da standen dann immer auch schon so Schilder wie hier den Weg bitte nicht verlassen. Hier ist Wildschweingebiet. Wildschweine in Südkorea gibt es relativ häufig. Und wenn ihr ein bisschen in der Schule, im Bio aufgepasst habt, wisst ihr, Pepper Wutz ist ja ganz süß. Aber wenn euch so ein Schwein in freier Wildbein anfällt, dann ist Ende Gelände. Da habt ihr Knochenbrüche. Wenn ihr ein Männchen trefft, dann haut der euch eventuell auch seine Stoßzähne in den Oberschenkel. Und dann habt ihr schön tiefe Fleischwunde mindestens. Also das ist mit den Tieren ist nicht zu spaßen. Deswegen bleiben wir hier auch die ganze Zeit schön auf der legalen Straße. Die ist auch schön sepentinenmäßig hier hochgeht. Das ist also eigentlich ganz schön. Man sieht hier schön auch immer den Progress, den man hat, wenn man hochläuft. Gleichzeitig sieht man die Leute, die einen Missbilligenden angucken, weil man so schlecht ausgerüstet ist. Also wie ihr seht, die Leute haben hier alle richtig schweres Gepäck dabei. Wanderstöcke, Augenschutz etc. Hier ist anscheinend auch eine Ami-Wandergruppe unterwegs. Hier fahren erstaunlich viele Autos rum dafür, dass das eigentlich illegal ist. Naja, was soll's. Hier so weit oben war ich hier noch nie. Ich war hier schon ein paar Mal mit der Familie, also mit dem koreanischen Teil meiner Familie, in dem Gebiet wandern. Aber das war auf niedrigeren, auf niedrigeren Höhen. So, ich glaube, ich werde mich jetzt hier mal gerade irgendwo auf den Baumstumpf setzen und ein paar Sekunden durchschnaufen, was trinken und dann können wir gleich weitermachen. Okay, Pause ist vorbei. Ich habe das Pocari Sweat getrunken. Ja, das mit dem Namen vom Pocari Sweat sollte man ernst nehmen. Also Schweiß. Auf der Flasche steht auch, der ist hauptsächlich dazu da, der Drink, um ausgeschwitzte Flüssigkeit zu ersetzen. Und danach schmeckt der, ehrlich gesagt, auch, also wenn ihr schon mal im Sommer richtig geschwitzt habt und euch der Schweiß in den Mund gelaufen ist, es schmeckt so ein bisschen nach, ja, es schmeckt, es ist halt salzig und sauer und es schmeckt so ein bisschen nach, ja, eigentlich Wasser mit Schweißgeschmack. Also, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, dieses Getränk. Also, ich will es jetzt gar nicht unnötig in Schmutz ziehen. Man schmeckt schon, dass es gesund sein soll. Aber, wie das bei gesunden, bei gesunden Nahrungsmitteln so ist, oft schmecken die halt auch gesund. Was letztlich eine Chiffre dafür ist, die schmecken ein bisschen doof. So, jetzt haben wir hier schon mal die ersten Steine. Hier haben wir ein größeres Denkmal. gucken wir mal, was da draufsteht. Das ist zu weit weg. Ich weiß auch nicht, ob man da nah genug ran kann. Ich hoffe, hier ist irgendwo auch eine englische Erklärtafel dazu, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was das heißt. Hier sind keine Tafeln. Schade. Schau mal da hinten. Vielleicht sind da irgendwelche mehrsprachigen Touri-Tafeln. Ich habe ehrlich gesagt nicht die Energie, gerade auch noch Übersetzungen zu machen. Deswegen gucken wir mal an. Das ist ja auch alles nur Hangel und Chinesisch. Ich weiß nicht noch. das hier sind die Sonnel Gekgit Hage. Das sind hier die Sauberkeitsregeln für den Nationalpark. Also schmeiß keinen Müll in die Landschaft, mach kein Feuer, geh nur auf ausgewiesene Klos auf Klo und so weiter. Wir müssen mal gerade auf die Wegweiser gucken. Gucken wir mal hier. Wo sind wir jetzt hier? You are here. Okay, ich muss hier der Straße weiter folgen. Ich hätte jetzt auch ungern diese Abzweigungen da genommen. Die sah ein bisschen debrious aus. Und ich meine, wir können mal kurz gucken. Ich habe hier meine New Balance an. Die sind jetzt nicht die schlechtesten zum Bergwandern, aber ja, also nur weil die nicht die schlechtesten zum Bergwandern sind, heißt das ja nicht, dass man mit denen hier irgendwie über Stock und Stein laufen sollte. Deswegen bin ich ganz froh, dass hier die Straße weitergepflastert ist. Weiterhin Leute nicht ins Gesicht filmen. Also ich bin erstaunt, wie schnell ich hier unterwegs bin. Ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass ich hier länger brauche. Also meine letzte richtige Ausdauersportübung ist auch schon, da war ich 18. Da bin ich mal, was ist denn das? Die Rhön? Das ist glaube ich der Taunus. Bei Fulda bin ich mal 20 Kilometer durch so ein deutsches Mittelgebirge gewandert. Aber das ist wie gesagt jetzt auch schon über 15 Jahre her. So gesehen ist das jetzt auch nicht das Schlechteste, dass ich hier mal wieder ein bisschen sportliche Betätigung bekomme, die über über das drei Runden um Blockdoggen hinausgeht. Wenn ihr mich in den Videos gesehen habt, innerhalb totalen seht ihr auch, ich habe eigentlich Sport ein bisschen nötig. So gesehen ist das hier nicht nur eine Dienstleistung an euch, dass ich euch hier mit auf die Wanderung nehme, sondern auch eine Dienstleistung an mich, dass ich mich hier ein bisschen fit mache. Kinder filmen schon mal gar nicht. Wer sich sportlich betätigen will, kennt ja noch probieren da hochzulaufen. Würde ich nicht empfehlen, aber scheint wohl auch benutzt zu werden. Da oben geht es irgendwie in eine Höhle auch rein. Wäre ich der Meinecke oder so, würde ich da jetzt hochlaufen. Aber ich bin ja nicht der Meinecke. Tja. Vielleicht auch noch ein toller Nebenverdienst für den Meinecke oder für irgendwelche anderen Lost Places YouTuber oder Survival YouTuber hier noch ein bisschen Location Scouting zu machen, da ein paar Euro abzugreifen. Aber ich glaube nicht, dass das, was ich hier als anspruchsvoll empfinde, für die auch nur annähernd in die Nähe von der Aufwerbung kommt. Na ja, mal gucken. So, sind wir hier schon an der Gukhansansang angekommen. Also, hier ist die Mauer. Sieht man hier oben schon. Und gleich bin ich auch in Desormun. So, okay. Hier können wir einmal ins Tal runtergucken. Hier ist auch noch ein Verkaufsstand mit Getränken. So, hier sind die Maskottchen vom Nationalpark, die beiden Bären. Kamsuk Unheng, Tamange Andon, uh, kann ich jetzt aus dem Stand auch nicht übersetzen. Aber die sind hier überall auf irgendwelchen Hinweisschildern, dass man keinen Müll hinterlassen soll. Also, ja. Genau, und hier haben wir jetzt, ach, hier haben wir so eine richtig schnelle Panoramafahrt. Hier haben wir jetzt das Desormun. Das ist, wie gesagt, das große Westtor. Da können wir jetzt auch mal an die historische Hinweistafel rangehen, äh, wo das alles erklärt ist. Hier haben wir nochmal eine historische Aufnahme, als das hier alles noch nicht so gut bepflanzt war. Und hier unten ist die Texterklärung. Ja, genau. Da werde ich gleich zu, also das ist ja sehr, sehr knapp gemacht, die Unterbeschreibung. Da werde ich gleich ein bisschen mehr über die Burg sprechen. Okay. Ich mache jetzt noch mal eine Trink- und Sitzpause und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, bevor es mit dem Video zur Burg losgeht, hier noch kurz einmal ein bisschen was für die ÖkologInnen, BiologInnen unter euch. Hier wird auch im Nationalpark auf so Tafeln über Foreign Invasive Plants, Neoflora aufgeklärt. Gut, den Text kann ich jetzt auch so aus dem Stand nicht übersetzen. Das erste Wort Urinara Et und Shingmuldung Yaseng Es Oh, ja, also es ist aus dem Ausland werden Pflanzen unser Land eingesteppt. Den Rest kann ich jetzt nicht übersetzen, das ist zu lang. Ja, okay, ich werde hier mal ein bisschen noch die Gruppen vorbeigehen lassen. Ich habe gerade schon jemanden gefragt, also man darf hier an der Treppe hoch auf die Burg. Da werde ich dann gleich da oben das Video machen. So Leute, ich bin am Dessormun, also am großen Westtor der Buchans-Hanzwang angekommen. Ich stehe hier jetzt oben unter der Holzüberbauung des Tors auf der Stadtmauer oder auf der Burgmauer und ich werde hier jetzt ein paar Sachen zur Vorgeschichte und zur Geschichte dieser Burg sagen und ein bisschen was zu den technischen Details und zur Kunstgeschichte fangen wir mal mit der Kunstgeschichte an. Zu der kann ich am wenigsten sagen, weil ich kein Kunsthistoriker bin. Wenn ihr hier mal hinter mir in den Holzüberbau guckt, der ist hier von der Ästhetik her sehr nah dran an den Palästen in Seoul, also am Gyeongbokgung, Changdooggung etc. Das heißt also, ich würde sagen, das ist hier so ein bisschen aufhistoristisch gemacht worden durch die Denkmalbehörden in Korea, denn also wenn ihr mal hier so euch das Grün der Verkleidung anguckt, die Burg hier steht komplett 24-7 der Witterung ausgesetzt rum. Ich glaube nicht, dass das Grün sich im Lauf der Jahrhunderte gehalten hat, denn diese Burg ist 1711 fertiggestellt worden, womit wir bei der eigentlichen Geschichte der Burg sind. Da muss ich vielleicht ein paar Sachen zur Vorgeschichte sagen. Im Jahr 1592 bis 1598 ist Korea, also das Königreich Joseon, von Japan angegriffen worden, also von Japan aus, von diversen Daimyos, die Korea in die japanische Einflusssphäre reinzwingen wollten. Und dieser Krieg wird auch der Imjin Krieg genannt, nach dem Imjin Jahr, in dem der ausgebrochen ist. Bis 1598 ist es Korea dann gelungen, unter der Führung des genialen Admirals Isun Shin, auch bekannt als Chungmu, den verlinke ich euch unten in der Beschreibung, die japanische Flotte zurückzuschlagen und auf Land mit Hilfe des Heeres der chinesischen Ming Gynastie auch die japanischen Besatzungssoldaten wieder aus dem Land zu vertreiben und im Nachgang dieses Krieges gab es zum ersten Mal Forderungen innerhalb der koreanischen Oberschicht, dass die Hauptstadt Hanyang, also das heutige Seoul, stärker befestigt werden soll, weil sich eben gezeigt hatte, dass es der japanischen Armee sehr einfach gefallen war, Hanyang zu besetzen. Diese Pläne sind aber erst mal nicht umgesetzt worden, weil das Land durch den Krieg sehr stark verwüstet worden war, deswegen gab es nicht die wirtschaftliche Basis, um so ein großes Projekt wie diese Festung hier umzusetzen, also diese Festung hat eine Gesamtlänge von 12,5 Kilometern und ich werde nachher bei den technischen Details noch mehr drauf eingehen, die war auf jeden Fall sehr teuer, deswegen ging das erstmal nicht, dann kam es in den 1610er bis 1620er Jahren zu einem Dynastiewechsel in China, die Ming Dynastie wurde durch die Qing Dynastie verdrängt und das passte dem koreanischen Königshof gar nicht, denn der koreanische Königshof war traditionell dynastisch eng mit der Ming Dynastie verbandelt, also es wurden immer wieder Sprösslinge der jeweiligen Dynastien hin und her verheiratet und die waren auch sonst sehr auf einer Wellenlänge, sage ich mal, also beides konfuzianisch fundierte Dynastien, also deren Staatsreligion, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen vereinfacht, aber deren Staatsreligion war eben der Konfuzianismus und das war bei der Qing Dynastie nicht mehr der Fall, weswegen die Yi Dynastie, also die Dynastie in Joseon in Korea, die Qing Dynastie erstmalig anerkannt hat und geflüchteten Anhängern der Ming Dynastie Zuflucht geboten hat, das konnte die Qing Dynastie aus machtpolitischen Gründen nicht auf sich sitzen lassen, hat deswegen 16 29 und 16 36 Korea angegriffen von Norden her, also wenn ihr, ihr kennt ja die Geografie in Ostasien halbwegs, also China grenzt eben im Nordwesten an Korea und das Heer der Qing Dynastie ist dann eben durch Nordkorea, eben durch Uiju, durch Pyongyang durchmarschiert bis Seoul, hat Seoul besetzt und den koreanischen König gezwungen, den Qing Kaiser anzuerkennen, woraufhin dann am weiterhin sehr minktreuen koreanischen Königshof ab 1659 diese Forderung, die es schon nach dem Imjing-Krieg gab, Seoul stärker zu befestigen, neuen Aufschritt bekommen haben, die Qing-Invasion hatte wiederum dazu geführt, dass Korea wirtschaftlich geschwächt worden war, weswegen dann dieses Projekt auch erstmal nicht realisiert werden konnte, dafür ging es dann, als es wirklich losging, sehr schnell, im April 1711 ging es mit den Bauarbeiten hier an der Festung los und im Oktober 1711 also nur sechs Monate später waren die Hauptmauern dieser Festung hier schon fertiggestellt und damit sind wir bei den technischen Details der Festung ich werde hier jetzt gleich mal auf Frontkamera umstellen und dann erzähle ich euch ein bisschen was zur Ausstattung dieser Festung wenn man hier raus guckt guckt man sozusagen ins Innere der Burg also nach Süden Richtung Seoul oder ja doch Richtung Seoul und wenn man hier rüber schwenkt hier sieht man sozusagen die Außenseite eben dann mit Zinn mit Schießscharten die geht nach Norden also Richtung China Richtung Russland hatte ich ja eben erklärt die Burg ist letztlich als Reaktion auf die Qing Invasion von 1636 errichtet worden das heißt also die ist in erster Linie dazu da Seoul gegen Angriffe von Norden zu sichern das Desormun ist eins der sechs Großtore dieser Festung die sind auch alle erhalten worden können alle touristisch erschlossen das kann man von der Gesamtmauer die eben wie gesagt 12,5 Kilometer lang war nicht behaupten also wenn ihr hier mal guckt hinter dieser Touri-Infotafel rechts davon also in diesem Falle östlich und bergab also nach Nordosten verlaufen noch Reste der Mauer das kann man jetzt nur ganz schlecht weiterverfolgen nach hinten also bei der Baumgruppe endet hier glaube ich schon wieder dieser Mauerabschnitt und die Mauer war eben wie gesagt mit diesen sechs Großtoren ausgestattet die alle erhalten sind dann gab es noch acht sogenannte Geheimtore die waren eben dazu da in unübersichtlichem Gelände Ausfälle aus der Burg zu machen um Angreifern oder Belagerern von Norden her in den Rücken fallen zu können aus dem Gebirge heraus das sieht man ja auch hier schön das ist alles sehr stark bewaldet sehr zerklüftet sehr unübersichtliches Terrain und wenn ihr hier mal runter guckt das ist auch alles ziemlich steil also der der Anmarschweg hier zur Burg ist sehr sehr unangenehm habt ihr auch vorhin mitbekommen wie ich gekeucht habe beim Laufen wenn man das in voller Rüstung machen soll als Soldat stehe ich mir das nochmal schwerer vor und ja wie gesagt also acht Geheimtore und dann gab es noch zwei Wassertore ein geheimes Wassertor ein bekanntes Wassertor sozusagen oder ein öffentlich bekanntes Wassertor die waren dazu da die Festung hier oben mit Wasser zu versorgen also über ein Leitungssystem und dann hat die Festung noch laut Archäologen die das hier ja ausgiebig untersucht haben 143 oder 146 da müsste ich nochmal in die Bücher gucken ausgucke und Wachposten das heißt also letztlich Punkte an denen von denen aus die nördliche Richtung von Seoul aus beobachtet wurde oder ja doch die nördliche Richtung von Seoul aus beobachtet werden konnte und außerdem waren in der Festung über 90 Zisternen verbaut das heißt also Wasserreservoirs in denen Regenwasser gesammelt wurde Brunnen natürlich auch so weit das hier eben ging hier oben ist das ja mit dem Grundwasser etwas schwierig aber wenn man da hinten mal guckt da geht es wieder teilweise ins Tal runter hinter dem Berg also hinter dieser Bergkuppe hier dann hatte die Festung noch ein gutes Dutzend buddhistische Tempel und in der Festung war auch ein Königspalast untergebracht in denen der König im Falle eines Aufstands in der Hauptstadt sich zurückziehen konnte oder eben im Falle was ja eben auch so ein bisschen den Bau dieser Festung mit inspiriert hat im Falle einer japanischen Invasion die ja wahrscheinlich von Süden und Osten gekommen wäre hätte er sich eben auch nordwärts hinter diese Festung zurückziehen können das heißt diese Festung hatte in gewisser Weise eine Schutzwirkung in beide Richtungen was bei koreanischen Festungen sehr oft der Fall ist also das sind selten Ringfestungen um eine Stadt herum sondern die Festungen sind oft als eine Art sperrige gegen Invasionen aus allen Himmels Richtungen gedacht so Leute das war's für heute wenn ihr Interesse an solchen Ortsbegehungen wie heute habt dann schreibt mir das gerne in die Kommentare dann gucke ich mal ob ich das auch für andere Orte machen kann am liebsten in Norddeutschland weil das für mich am einfachsten erreichbar ist und auch finanziell am ehesten machbar wenn ihr an koreanischen Orten Interesse habt muss ich euch erst mal auch frühestens nächstes Jahr vertrösten denn ich bin wenn dieses Video hier erscheint schon wieder in Deutschland und bin erst frühestens wieder 2024 in Korea aber da kann man ja bis dahin sich mal Gedanken machen an was für Orte Museen Ausgrabungsstätten oder eben sowas wie hier Festungsanlagen ich gehen könnte bis dahin schreibt mir sowas gerne in die Kommentare wenn euch das Video gefallen hat lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr in Zukunft auch weiterhin meine Videos nicht verpassen wollt dann drückt auf Abonnieren alles hilft mir und meinem Kanal weiter in diesem Sinne bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann